Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Carsten, ich bin Grafik- und Webdesigner, Dozent und Autor aus Köln und heute möchte ich dir das sehr tolle WordPress Plugin Real Cookie Banner zeigen, das es in einer Gratis- und einer Bezahlversion gibt. Bevor wir starten, wie immer, wenn dir das Video gefällt, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, einen Thumb nach oben dalässt oder hier auf YouTube bzw. auf meiner Seite geisler-design.de einen Kommentar hinterlässt. Ich habe hier in Devkinster auf meiner Maschine eine lokale WordPress-Installation angelegt, völliger Standard, ich bin hier eingeloggt, ich habe keine neuen Beiträge geschrieben, ich habe keine neuen Seiten angelegt, das Einzige, was ich geändert habe, ist, dass ich mir ein Plugin installiert habe, mit dem ich sehr einfach so eine Installation wieder auf den Ursprungswert sozusagen zurückstellen kann, WP Reset, ansonsten habe ich hier, wie du siehst, nichts Besonderes installiert und eben auch noch kein Content hinterlegt. Als Theme benutze ich das derzeitige Standard-Theme 2021 und das sieht, wie du vielleicht kennst, einfach so aus. So und jetzt installiere ich mir, weil ich gucken möchte, ob ich vielleicht, ja, ob ich überhaupt Cookies, ein Cookie-Banner benötige, mal diese Gratis-Version von Real Cookie-Banner, ich gehe auf Plugins installieren, gebe hier oben in dem Suchfeld Real Cookie-Banner ein, bestätige das und dann wird mir das hier oben links gleich angezeigt und das installiere ich und wenn das durchgelaufen ist, aktiviere ich das auch. Das klingt sich dann hier unten gleich mit einem neuen Menü-Eintrag ein und führt uns dann sehr komfortabel, wie ich finde, durch die verschiedenen Schritte, die man eben gehen kann, um ja ziemlich sicher zu sein, dass die eigene Seite DSGVO-konform ist. So, Real Cookie-Banner hat sich installiert, ich aktiviere den und dann klingt er sich hier unten links ein mit dem Eintrag Cookies und dann öffne ich das hier einfach mal und du siehst hier anhand der Reiter hier oben, dass es relativ umfangreich ist. Das macht aber nichts, da steigt man schon durch, wie das alles zusammenhängt. Hier als erstes kann ich eben sagen, möchte ich überhaupt einen Dialog einstellen oder eben nicht, also darüber steuere ich das, genauso ob ich einen Content-Blocker haben möchte oder nicht. Content-Blocker ist einfach zum Beispiel bei einem YouTube-Video, dass es gar nicht erst angezeigt wird, sondern dass dann so ein Overlay drauf ist, der dann eben sagt, bitte erstmal hier eben die Einwilligung hinterlegen und dann kann erst das YouTube-Video gezeigt werden, das ist mit Content-Blocker gemeint. Ich gehe mal direkt auf den nächsten Reiter und das ist das eigentlich Spannende hier beim Real Cookie-Banner, weil der nämlich deine Seite scannen kann und dir eine Rückmeldung gibt, wo vielleicht Bedarf ist überhaupt oder ob Bedarf ist, einen Cookie-Banner und so einen Content-Blocker überhaupt einzubauen und er rechnet jetzt im Hintergrund und zeigt uns jetzt direkt hier eine Stelle. Da sind Emojis werden gezeigt, Gravata wird gezeigt, Kommentare werden gezeigt, das sind sozusagen Situationen, bei denen jetzt das Cookie-Banner-Plugin uns vorschlägt, ja eben Cookie-Banner-Infos zu hinterlegen, also diesen Dialog einzublenden und wie du siehst, ist das hier sehr, sehr komfortabel gemacht einfach, dass wir hier zum Beispiel, möchte ich diese Gravata-Funktion jetzt mal hier aktivieren, also dass ein Hinweis kommt, bevor Gravatare von möglicherweise US-Servern geladen werden. Das mache ich jetzt nur als Beispiel, eigentlich würde ich Gravatare komplett deaktivieren, aber wie gesagt, ich finde diese Funktion sehr, sehr schön von Real Cookie-Banner, dass ihr überhaupt die Seite scammt und entsprechend der Funktionen, die auf deiner Seite sind und die Real Cookie-Banner eben als nicht DSGVO-konform einschätzt, kriegst du dann hier eine Rückmeldung und hier mit wenigen Klicks ist dann eben auch entweder ein Dialog eingerichtet oder eben so ein Content-Blocker. Jetzt muss ich mal hier gerade gucken, ob ich das jetzt schon eingerichtet habe. Genau, das sehen wir hier. Ich hatte das vorhin schon mal testweise hier installiert, deswegen sind da jetzt zwei, ja zweimal dieselbe Funktion sozusagen hier zu sehen gewesen. Eins habe ich jetzt gerade mal gelöscht. Und jetzt mache ich mir, um das zu kontrollieren, was jetzt für Besucher und Besucherinnen auf unserer Seite zu sehen sein wird, mal ein privates Fenster auf und dafür schiebe ich mir dieses hier einfach mal so ein bisschen kleiner, gehe auf im Firefox auf Datei, neues privates Fenster, schiebe das nach rechts und füge da meine Adresse der lokalen WordPress-Installation ein. Also dieses private Fenster habe ich mir jetzt geöffnet, weil wenn ich angemeldet bin, dann sehe ich hier möglicherweise diesen Dialog erst gar nicht. So und das, was wir jetzt hier rechts sehen, ist eben die Situation, die sich unseren Besucher in, ja so wie sich unsere Seite darstellt. Das ist der Dialog von Real Cookie Banner, der sich übrigens auch im Design noch anpassen lässt und die Farben lassen sich anpassen, etc., da komme ich eventuell gleich noch drauf zu sprechen und ich gehe jetzt mal hier ohne Einwilligung rein und öffne diesen ersten Standardbeitrag und jetzt sehen wir hier diese Rückmeldung, einfach diesen Content-Blocker von Real Cookie Banner, dass eben Gravatar hier auf dieser Seite benutzt wird und dass der nicht angezeigt wird, solange das nicht hier akzeptiert wurde. Also wie gesagt, ich würde so eigentlich nicht arbeiten, aber ich will das jetzt nur als Beispiel hier mal zeigen und wenn ich jetzt als Besucher oder Besucherin das hier bestätige, dann sehe ich eben auch dieses kleine Icon hier, diesen Gravatar und eben auch den Kommentar. So, und jetzt gehe ich mal ganz kurz, weil ich das eben schon angesprochen habe, in den Customizer rein, um kurz zu zeigen, wie Cookie Banner noch sich hier einklingt, nämlich im Customizer über den entsprechenden Eintrag hier und das sind hier sehr, sehr viele Funktionen, wie du siehst, wo du eben das Design, das Aussehen, die Farben etc., deinen Vorstellungen und deiner Seite noch weiter anpassen kannst. So, worauf ich noch hinweisen möchte, ist folgendes, wenn, oder andersrum gesagt, also das, was Gravatar findet hier unter dem Bereich Scanner, ist, ja, quasi logischerweise davon abhängig, was für Plugins du am Start hast, was für Inhalte du eingefügt hast, also zum Beispiel hast du YouTube-Videos auf deiner Seite eingebettet. Dann zeigt er uns eben diese entsprechenden Services hier an, wie das Real Cookie Banner eben diese Funktion nennt und ich will ja mal zeigen, wie sich das ändert, wenn ich ein anderes Theme aktiviere und ich habe hier einfach mal das 2017 mir reingeladen und aktiviere das jetzt mal und der Unterschied vom 17 zum 2021 ist unter anderem, das ist 2017, Google Funds benutzt. Und wenn ich, jetzt gucken wir uns, ja, oder hier im privaten Fenster, egal, und ich gehe jetzt hier tatsächlich nochmal im privaten Fenster auch auf die Startseite und dann sehen wir halt das umgeswitchte Design und hier gehe ich zurück in die Einstellung von Cookies, von Real Cookie Banner und lasse jetzt hier nochmal den Scanner drüber laufen. Das muss ich hier anschieben über diesen Button und dann sollte er jetzt die Google Fonts finden, dass eben, also die durch 2017 geladen werden. Er scannt jetzt im Hintergrund die Seite und dann sollte er gleich eben die, genau, da sind sie auch schon, er hat gemerkt, dass Google Fonts in diesem Theme benutzt werden und dafür solltest du eben auch, um DSGVO-konform sozusagen zu arbeiten, auch einen entsprechenden Hinweis in den Optionen, die beim Aufruf deiner Seite eben durch Real Cookie Banner ja dargestellt werden, eben auch hinterlegen. Das geht hier eben genauso einfach wie beim Gravatar oder bei Emojis etc. Da gehe ich drauf, sage, ja, ich möchte diesen Hinweis haben, scrollen nach ganz unten, bestätigen das hier, so, Speicher, gehe wieder in mein privates Fenster, muss jetzt hier einmal die Cookies löschen, dafür gehe ich auf die Entwicklerwerkzeuge, so, da Entwickler und lösche hier, also ich bin ja in den Webspeicher gegangen, gehe auf Real Cookie, lösche die raus, ah ja, ich muss einmal neu laden, dann sind die weg. Genau, und jetzt zeige ich dir, was sich jetzt geändert hat. Ich kann nämlich jetzt hier bei individuellen Privatsphären Einstellungen, da zeige ich dir, das finde ich auch richtig gut gemacht, zeige ich dir uns an, also welche Services wir benutzen und die können wir uns anzeigen lassen und hier steht dann eben, hier sind Google Fonts drauf, hier sind Kommentare und Gravatar und so und das kann ich dann für sich als User, als Userin eben bestätigen oder eben auch alle für sich und diese unterschiedlichen Gruppen, wie das in Real Cookie Banner heißt, essentiell, funktional und es gibt irgendwie noch ein drittes, wie nennen wir das hier, Marketing, das kann man so zuordnen im Backend Real Cookie Banner, finde ich extrem user-friendly gemacht und ja, also das ist schon zum einen sehr benutzerfreundlich für uns als Admins von der WordPress-Seite und zum anderen finde ich es eben auch für Besucher und Besucherinnen, denen dieses, ja, dieser Dialog angezeigt wird, sehr umfangreich und ja, darüber hinaus auch ganz schön gemacht, so. Genau und ja, wenn dir das Video gefällt und du Spaß vielleicht an der Pro-Version hast, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe auf meiner Seite Texte und ich bin registriert bei VG Word und habe so diese Zählpixel in einzelne Beiträge eingebaut und das ist ein Service, der hier in der Gratis-Version nicht abgedeckt ist und wenn du eben solche zusätzlichen Services hast, die eben nicht in der Gratis-Version abgedeckt sind, freue ich mich, wenn du auf der YouTube oder meiner Beitragsseite auf geisler-design.de dir den Gutscheincode benutzt, um die Pro-Version dir zu kaufen, dann werde ich eben mit einem gewissen Betrag an deinem Kauf, ja, werde ich berücksichtigt. Für dich ändert sich an der Preishöhe, also an der Lizenzhöhe, die du bezahlst, überhaupt nichts. Also ich würde mich freuen, einfach wenn du das tun würdest. Ansonsten, ja, hoffe ich dir, das Video hat dir weitergeholfen und wünsche dir weiter viel Spaß und Erfolg mit WordPress. Bis dahin. Tschüssi.